Yo Leute, herzlich willkommen zu Let's Play. Hör mal, wer da hammert. Mal wieder mit ganz vielen Leuten. Schalt euch mal am besten alle kurz vor. Oh, moin. Hi. Mr. Schnee ist hier. Hi. Hallo, Spro von GameThings hier. Okay, ich bin Ice-Cat. Ich bin der Neo. Oh Gott. Eskaliert hier übel, Alter. Oh, Ice-Cating. Oh Gott, ey. Wieso kommt hier das schwer? Oh Gott. Das wird ja richtig geil. Warum geil? Wie soll man das bauen? Sag mir das bitte. Alter, Leute, ich guckst jetzt zu Google. Ey, nicht googlen. Spaß, Spaß, Spaß. Na, googlen kann man schon machen. Man muss ja dann halt gut nachbauen können. Ja, nee, nee, nee. Ich wollte nur... Also, ich glaube, ich kann nicht... Also, ich kann schon mal gar nicht googlen. Ich sag nur, Hashtag Barbus-Leitung. Spiel auf Englisch und so. Was zum Bauen soll ich? Ähm... Ey, ich kann nicht bauen. Ähm... Ja... Dann machen wir das, ne? Wenn wir nicht bauen können. Oh mein Gott, ich hab die... Oh Gott. Also, ich bau für mein Leben gerne, aber hässlich. Also, das ist so die Sache. Alles klar. Ice-Skating heißt doch Schlittschuh fahren, oder? Ja. Ja. Nee, hätt' ich jetzt auch so interpretiert. Das war ja... Hey, wieso hat man das Bauen? Ey, bruh. Also, ich bau das erste Cafeteria. Die... Digga... Das ist immer so nöde. Man denkt... Man denkt immer, dass das alles... Man hinbekommt in der Zeit und macht was riesiges. Aber dann bekommt man es nicht hin in der Zeit. Und dann denkt man, scheiße, ich hab verloren. Jetzt sind wir noch fünf Minuten. Dieses Moment, wo du sagst, ja, ich gewinn die easy, dann bist du planlos, was du bauen sollst. Genau. Leute, hört sie mich? Jo, ich hör. Ich hör dich. Ich hab' plötzlich sowas nicht sage. Diesen Moment hab' ich jetzt grad. Ja, die Eisbahn hab' ich jetzt schon noch fertig. Ja, die Eisbahn hab' ich auch fertig. Ich hab' den Boden geändert. Ja, ich auch irgendwas. Das ist leicht. Vielleicht nicht, ne? Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das bauen soll? Oh, 20 Euro, sag's dir. Ich baue Eis. Ja, okay, ich würd gern einen Perl. Ich baue Eis, ja. Ey, ne, ich sag zu meiner Familie, ihr sollt nicht reinkommen. Was ist als erstes, kommt meine Oma rein, ey. Geil. Geil, Alter. Geil, Alter. Ich hab' ausdrücklich gemacht. Danke, dass du uns mitteilst. Das hat jetzt jeder wissen wollen. Ja. Viel Spaß in den Auslanden, Leute. Ganz YouTube Deutschlands. Das ist YouTube Deutschland. Ich schnitt da gar nichts los. Ich weiß, wie viele Kanäle, acht, neun Kanäle, sehen das jetzt, oder? Mehr. Wir sind alle für uns ungefähr. Ah, das ist mir egal, ich würd's keinen Zuschauer immer öffnen. Das ist die größte Massenaufnahme, die ich je gemacht hab. Lustig. Eie, ja. Nicht nur du. Mach's einmal in YouTube und es waren maximal mal drei Leute dabei. Alter, Meide sieht einfach nur, oh Gott, ey. Ey, wenn ihr meins seht, ne? Oh Gott. Nicht an nem Herzopack sterben. Okay, okay. Wir werden uns besuchen. Ich ruf sofort den Krankenwagen, okay? Was? Noch eine Minute? Ich hab bis jetzt... Oh Gott. Was? Alter, Alter. Boah, ich kann mich... Kacke, das wird nix, Alter. Feierabend. Oh, was ist das? Okay, okay. Junge. Alter. Das sieht so scheiße aus. Äh, nicht nur bei dir. Alter, was soll das sein? Scheiß auf die Cafeteria, Alter. Jetzt baue ich... Ich baue eine Cafeteria, bros. Man hat doch schon mal, wenn man... Easy. Einen vollen Menschen und anderen Partikel. Auch nicht mal Menschen. White smoke, white big smoke, white smoke. Ich schaffe ja nix. Diesen Moment, wo alle... All war all things awesome, gibt's und weil deine Scheiße aussieht. Ja, moin. Ja. Mein Leben. Partikel... Ich brauche immer Spaß. Dinger, Schnürsenkel. Äh, wie den Schnürsenkel? Eine Minute noch. Ach, mit weißem... Mit weißem Schreifen, würde ich sagen, ne? Nein, mit Copwebs. Oh, hier. Boom. Vielleicht hab ich noch einen zweiten. Ach, danke, Copwebs. Nice. Ey, warum hast du jetzt gesagt? Ja, Mann, Copwebs, Dinger. Copwebs, Alter. Ja, ist ja okay. Ganz ruhig, Alter. Oh Gott. Aller eskalieren voll. Oh, ja, Copwebs, Alter. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Leute, Copwebs, geile Idee. Drei Sekunden. Jo, ich bin fast fertig, Alter. Drei Sekunden. Meins, glaub ich, jetzt mit den Copwebs zerstört. Meins wird ein bisschen sehr knapp, würde ich sagen. Nicht nur bei dir. Meins ist wunderschön. Wunderschön. So schön wie ich, also ist es hässlich. Brr. One? Fünfze Sekunden. Ja! Wahrscheinlich! Okay, okay. Ich schweck's, schweck's. Jo, ich bin fertig, Alter. Was? Boah. Gibt's Scheißen. Rega, komm mal rein. Meins ist aber ein Scheiß. Oh nein, nein. Ich hab richtig. Ja, gut. Was hast du denn? Oh. So richtig klein. Oh, die. Alter. Ja, das ist ein Mist, wenn du dich nicht machst. Oh, oh Gott. Äh. Ist es okay. 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 Ja, also. Das sieht doch geil aus. Mein Eis-Up-Heating. Brr. Ey. Ey, das ist gut. Ich wüsste schnell. Ich wüsste schnell, Alter. Das ist ja geil. Nix mehr. Kannst du ohne Kopf sein, oder? Was ist das? Memma. Mega geil. Jungs. Mein Eis-Up-Heating. Mäh. Mäh. Das soll der Kopf, Alter. Der hat viel gebaut, aber guck mal, der Kopf, sollen das die Haare sein, oder? Das sollte der Kopf werden. Das ist ein Ohrwärmer. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Das ist niemals. Everything is bleeding. Wo ist das? Wo ist das? Ah, ja. Das ist komisch auch. Oh, 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 oh. Das ist locker. Was euch alle, wenn ich alles... Everything is awesome gewählt hat. Das ist der Staubsauger 2000. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Die Steißschuhe. Das ist halt sogar besser als Steißschuhe. Ne, also wenn ich den anderen... Man. Leute, wir leben in Steinzeiten. Wow, ein Superfisch. Die Steinzeit. Also bei mir könnt ihr malpiester Bleeding Dirck geben, Alter. Ja. Ja, bei mir auch. Mist. Ja, das ist Brä называется. Nein, das ist Brä. so richtig Ah, hier ist die Cafeteria, Alter. Warum gebe ich seit vier Bildern? Ja, endlich, Alter, endlich. Der ist aber fertig geworden. Was ist das für Kupen? Was ist das? Das ist doch Dings. Das sieht aus wie im Krankenhaus, die zum Wiederbeleben, Alter. Das ist gut. Das ist voll okay. Nein, das ist scheiße. Ich gebe, it's okay, it's okay. Ist doch okay, komm. Das sieht nicht schlecht aus. Das ist sehr kreativ. Also kreativ. Das ist ziemlich geil, Alter. Das bekommt ein Amazing. Bisschen minimalistisch, aber... Jo, ich bekomme... Man kann was zum Clown. Was? Nein. Alter, das geht. Boah, der hat aber alles wieder gegessen. Och, nee, Leute. Ja, das ist wirklich cool. Geil. Der ist überhaupt eine Reise, ey. Alter, der bittert den Mann, der verhungert. Alter, der hat sein letztes Geld für die Eisdorfschule verwendet. Er hat sein letztes Geld für die Eisdorfschule verwendet. Boah, das sieht aber geil, Alter. Alter, das stellt sich schon. Sie bekommen Everything is Awesome. Man erkennt, was es ist, ne? Das sieht ziemlich geil aus. Das sind Karotten. Leute, das sind Karotten. Ich bin gar nicht auf der Tabelle, okay? Alter, geil. Ich bin zweiter von hinten. Jo, Leute, ne? Dann war es das mit der Folge, oder? Ja. Ja, schnell schon. Oder noch eine zweite Folge hinterher? Ja, ich würde mich da auch nehmen. Ja, komm, zweite Runde. Völlig cool, ja. Wenn wir hier alle schon beisammen sind, dann können wir noch zweite Runde machen. Ja. Ich gewähre euch eine Reform, Leute. Leute, es kocht eine zweite Runde. Ja. Leute, es geht in der Runde. Ich rede mal in Zuhörer und es geht euch. Höchstens eine Minute. Jungs, es steht noch 30 Minuten. Okay, was ist das Wort? Was ist das Wort? Grinch. Grinch. Was ist denn Grinch? Ach nein. Was genau bedeutet Grinch? Wie sieht der Grinch aus? Der Grinch ist der Grüne da. Der Grinch ist der Grüne da. Grinsen, das ist... Hulk. Ich hab aber auch... Ich kann sie das ganz gross. Jetzt alle auf Google gehen erst mal. Ja, Grinsen heißt das. Grinsen. Willst du mir helfen? Grinsen, bin grad auf Google. Hä? Äh. Nein, das ist so ein grünes Vieh. Das war... Das Ding, was weiß ich dir. Der hasst Weihnachten. Ja. Nö. Weihnachten. Wie heißt das, ne? Ja, okay. Der grinst, alter. Der grinst, das ist so ein grüner Schreibbeutel, der irgendwie... Ja. Der Weihnachten hasst und der das einfach vermiesen will. Boah, Jungs, ey. Ich weiß, wie ich's mache. Jungs, ey. Jungs, hier ein Müll davon. Ich hab schon den Schlackerplatsch. Wer will das Bild sehen? Nein, danke. Wir müssen halt jetzt nachbauen, alter. Das war richtig, leider. Und da timet der erste aus. Ja, ja, ja. Er hat dann Bock mehr. Er hat den Druck nicht gepackt. Ja, hab ich auch mal gesagt. Der Druck lastet schwer auf euch, dass ich gewonnen habe. Ey, ich bin erstmal einer, die das bauen soll. Nur, ich bin auch lieber leften. Ich auch. Wer nicht, wer nicht. Wer nicht. Zurück. Ja. Ich hab dir einen langen Drift geschrieben. Da hat ich... Oh, sei leise. Oh Gott. Boah, ich schmür den gleich. Das ist... Das ist cool. Oh, Jackson. War er in the great time. Boah, ey. Ich mach den ganzen Grinch. Alter. Werde offensichtlich verlieren. Alter, ich wurde gekickt, aber das ist ja noch geiler als alles andere. Ah, neun, neun, neun. Ich bin mir auch so schlecht, dass der mein Platz nicht mehr sehen wollte. Tut mir leid, nichts gegen dich, aber... Wollte ich echt gerade sagen, ne? Nichts gegen ihn, ne? Wollte ich echt gerade sagen, ne? Nichts gegen ihn, ne? Nichts gegen ihn. Man ist ja auf YouTube, ja? Family friendly. Also, man kann... Man will ja noch Werbung schalten. Also, das ist ein kleiner Schleim. Natürlich auch unter 10.000 aufrufen, obwohl ich gerade mal 1.000 habe. Geht das sehr einfach. Ich hab auch erst 1.000, Alter. Ich hab ja 7.000. Ich hab ja 7.000. Sehr gut, ich hab 3.000. 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 Ich hab 1.000. Ich hab 1.000. Ach ja. Es war so hässlich, dass ich gekickt wurde. Was wollt ihr von mir? Sehr gut. Ah. Oh Gott. Nein. Hallo. Ich wurde gefragt. Ich hab nicht mal genug Zeit, ey. Ich habe noch 2 Minuten. Und ich hab erst die Schuhe gemacht, Alter. Ja, ich auch. Ja, ich auch. 2 Minuten, ich hab schon komplett den Körper. Ja, ja. Okay. Ich habe schon mal drauf. 2 Minuten, ich hab's verdraht. Hobbylose ein Spülmus. Was soll das nicht noch machen? Nun, das sieht nicht aus wie... Das sieht nicht aus wie... das sieht nicht aus wie der grinch, oder wie der quinch ich nicht ich doch nicht nüch ey, ich schwöre, meine ist hier doch so ein bauer, alter ich könnte mir zu bauern und frau schicken hey, heirate will natürlich, jeder der ist heiratet, wird dann auch direkt ein Pfeiflein gesucht, oder was? Andreas ja gesagt, ist meiner ich kann das Obst im Haus du ziehst dich jetzt mal aus, mach dir ein Abendbrot und dann... es ist Obst im Haus du musst jetzt irgendwie auf das Gesicht hinkriegen, ach du heilige Scheiße nein, 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 jetzt rede ich ey, die hat ja so lebehnerte Haare, ne? so, wie sie ist sag einfach mal, ähm, hier ändern du sag mal, wer pustet denn da so in seinem Nitro? ich nicht! ich nicht! ich nicht! ja, ich war wirklich so ich atme nicht mal, was wolltest du von mir? du atmest dich mal ein bisschen füchern hör einfach auf zu atmen ich hab's direkt davor, aber... der Popschutz 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 ich glaube, der schreckt sich von sich selber wenn er sich segn muss erst ein spiegel kaufen da ist er selbst inkompetent wenn er hinein guckt dann mit einem arm sieht dann ist der von mir so geht es Kohlkopf oder was? Hey, das ist dann schlecht. Das kriegt ein... It's okay. Mensch, ey. Wer hat das gebaut, Jungs? Hey. Ja. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich will ja nichts sagen. Ich will ja nichts sagen. Eigentlich ist es ein Asien. Alter Scheiße. Leiden alle das Video. Ich komm heute nach... Wer hat das hier gebaut? Das kriegt ein kurz. Der hat einfach... Der hat einfach... Der muss sterben, Alter. Der muss kaputt gehen. Was ist das? Danke, Werbung wird hier jetzt auch mal schön. Das ist... Hätte irgendwer Spongebob gebaut? Das stimmt. Dann sind wir vorbei. Warum kann man hier kein inappropriate Bild mehr reporten? Ja, komisch. Hey, Alter. Das stimmt doch mal. Die ersten Ruscha. 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 Easy DDoS. Der Typ... Der Typ... Der Typ... Der Typ... Das ist... Der Typ... Das ist meiner. Der Grinch aus Österreich. Auch gut. Der Typ... Der Typ... Das ist eine höhere Stimmung. Ja mal. Gruß Gott. Grüß Gott. Gruß... Brr. Gäste, sieht alles durch aus? Was das? Der hat erst mal einen durchgezogen. Ey, dieser Augen ne, Alter? Der hat erst mal schon einen durchgezogen, Alter. Aber jetzt wird es die Uhr. Die Schuhe... Weiß nur, Alter. Weißste? Nein. Die hat alles gerade Kacki. Und 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 und. Brr. 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 das ist für ein Roboter hat nicht mal sowas gebaut Alter Roboter LP It's okay Jungs, ich muss einen Brr-Counter machen Ich sag jetzt auch Okay, brr, brr, brr Nein Der ist eigentlich gut Der ist gut Guck mal, seine Augen Ja, seine Augen Okay, ist okay Der Kopf ist auch so symmetrisch Na, er gibt einen Mäh, weil er nicht fährt Er ist gut Gut Sagen Sie, der Kopf ist symmetrisch Scroogele 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 Danke Ich hab schon meines gesehen Ich glaub nicht, wenn ich gut bin Junge, der checkt dich Äh Was'n Scheiße Oh, Leute Warum explodiert das nicht? Ey, der sieht geil aus Nein Aber ich dachte, er ist gegen Der ist Pixelart Der ist Pixelart Wie geil, Alter Das ist der Allerbeste Heilige Mutter Maria Aber der ist kein Köln Hinten dran Ist dann nichts Der Heilige Mutter Maria Mein König zu sagen Perfectly Heilige Mutter Maria Ich kann die Blöcke abbauen Und? Alter, Alter, Alter Ich bin Rats alleine, was soll ich machen? Keine Ahnung Ja, ich bin Erster Ich bin Vierter Ich bin Vierter Mittelfeld Ich bin Vierter Ich bin Vierter Ja, ich bin Erster, ne? Easy Jungs Ja, 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 ja Leute, dann würde ich sagen, das war's Äh, schaut mal auf jeden Fall in den Kommentaren vorbei In der Videobeschreibung Da sind ja alle Kanäle verlinkt Und abonniert alle Teilnehmer Und alle bitte hin! Jo! Bitte mich! Ich bin natürlich Erster überall Lass dem Video ein Liker oder ich komme heute Nacht in euer Zimmer und beobachte euch beim Schlagen Genau, bis dahin, ciao!